Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem Family Friday Video. Ich werde heute mit dir über ein Thema reden und zwar über Bindung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Thema Bindung inzwischen schon so ein Modethema geworden ist, aber das ist es natürlich gar nicht. Da geht es um viel mehr. Ich werde heute mit dir darüber reden, wie emotionale Bindung dein Kind wirklich stark macht. Ich möchte mit dir gucken, wie sich Bindung Stück für Stück aufbaut. Und ich möchte, dass du in den nächsten 20 Minuten für dich entdeckst, woran du sehen kannst, wie tief dein Kind bereits an dich gebunden ist. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für ihren anstrengenden Familienalltag. Wie ich gerade schon sagte, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das Thema Bindung so ein bisschen in Mode gekommen ist. Dabei ist Bindung etwas, was absolut allgegenwärtig ist. Was es überall im Universum gibt, das wir sowohl sehen im kleinsten Atom, wie auch in unserem großen Weltall, wenn die Sonne eine Bindung hat an die Planeten. Oder vielmehr die Planeten eine Bindung an die Sonne. Ich schaue mal kurz rein, ob schon Leute online sind, weil das natürlich immer ganz gut ist. Wenn du schon da bist, gib mir gleich schon einen Daumen nach oben. Zeig mir, dass du da bist, damit ich weiß, dass ich hier nicht alleine rede. Heute geht es um das Thema Bindung. Und die Bindung, die wächst ganz, ganz, ganz natürlich. Ich stelle mir das immer so vor, dass wenn ein Kind geboren ist, wenn ein Kind geboren wird, dann bekommen die Eltern wie so ein Samenkorn in ihre Hand. Und das habe ich ja auch schon ganz oft erzählt und das erwähne ich immer wieder. Und das ist so, dass dieses Samenkorn, in dem Samenkorn ist schon das ganze Potenzial angelegt. Und dieses Samenkorn strebt direkt danach, sich zu binden. Das heißt, es wird ganz natürlich von sich heraus anfangen zu wachsen. Es wird ganz natürlich von sich heraus anfangen, eine Wurzel tief in die Erde hinein zu wachsen. Und das müssen wir diesem Samenkorn nicht beibringen. Das müssen wir nicht unterrichten. Das müssen wir mit ihm nicht lernen. Sondern das passiert ganz natürlich, ganz spontan von sich heraus, wenn die Bedingungen optimal sind. Wir müssen einfach nur das Samenkorn beobachten. Wir müssen einfach nur gucken, was braucht dieses spezielle Samenkorn, damit es sich entwickeln kann. Und es gibt eben da auch so eine ideale, also bei uns Menschen gibt es so eine ideale Bindungsentwicklung. Das würde sein, dass in den ersten sechs Lebensjahren die Bindung immer, immer, immer tiefer wird. Und wirklich über sechs Jahre hinaus. Aber es ist nicht immer alles perfekt auf diesem Planeten. Und insofern ist es auch in Ordnung, wenn das erst viel später passiert. Ich lade dich jetzt einfach ein, dein eigenes Kind oder mehrere von deinen eigenen Kindern so vor deinem inneren Auge zu haben. Und zu gucken, wenn ich dir jetzt über die Bindungsstufen erzähle, zu gucken, wie ist das Kind, dein Kind, schon an dich gebunden. Denn genau darum soll es heute gehen. Es geht, wie gesagt, also ich spreche viel mit der Analogie an der Pflanze. Und deswegen habe ich hier hinten auch meinen großen Baum hingehängt, weil der eben genau diese Analogie haben soll. Und bei diesem Baum sehen wir eben, wir sehen auch bei einem Kind, wir sehen, wie ein Kind sich verhält. Und bei diesem Baum sehen wir, was oberirdisch bei dem Baum passiert und genauso sehen wir es bei dem Kind. Wir wünschen uns alle, dass unsere Kinder eigenständig werden, dass sie stabil, resilient, widerstandsfähig sind. Wir wünschen uns, dass sie sozial integrativ sind. Das ist das, was wir sehen können. Aber das, was wir nicht sehen können, ist das, was viel wichtiger ist, nämlich die Wurzeln, die nach unten wachsen. Und so ist es eben, wenn wir den Baum jetzt hier kappen würden, dann würden die Wurzeln sogar noch weiter wachsen und existieren können. Aber der obere Teil ist dann weg. Aber bei unseren Kindern sehen wir eben auch nur das Verhalten von ihnen. Aber viel wichtiger ist einfach das, was wir unten drunter eben haben. Und das, was wir so als Gefühl haben, das, was wir so kennen, ist das, was wir ganz häufig hören unter dem Namen Bonding. Bonding ist das, was man auch übersetzen könnte mit Mutterliebe oder Vaterliebe zum Kind. Das ist das, was die Eltern ihrem Kind geben. Wenn die Eltern anfangen, sich um das Kind zu kümmern. Wenn die Eltern da sind für das Kind. Wenn die Eltern dem Kind ihre Liebe schenken und sich um das Kind kümmern. Und das braucht es unbedingt, damit das Kind überlebt. Und deswegen haben wir dieses Kindchenschema. Und das ist die Eltern-Kind-Bindung. Das, von was ich hier spreche, ist die Kind-Eltern-Bindung. Also wie hat dein Kind sich an dich gebunden? Denn wir sind ja schon Bindungswesen. Wir haben unsere Bindung schon entwickelt. Und deswegen sind die meisten Eltern direkt in der Lage, ihrem Neugeborenen das Herz zu schenken. Und eben genau dieses Bonding zu machen. Diese Mutterliebe, diese Vaterliebe. Und zu überschütten, auch wenn die Kinder gar nicht immer, ja das ist so anstrengend am Anfang. Und wir können nicht schlafen. Und das ist alles so anstrengend. Und trotzdem geben wir und geben wir, weil wir als Eltern schon ganz tief an das Kind gebunden sind. Aber das Kind ist noch ganz neu geboren. Und das dauert viele, viele Jahre, bis es genauso an uns gebunden sind, wie wir an das Kind. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Und ich werde jetzt mit dir in den nächsten 10, 20 Minuten diese Bindung mal durchgehen. So Stück für Stück immer tiefer gehen. Und du hast einfach dein eigenes Kind vor Augen und schaust einfach, ob du es dabei erkennst und dabei entdeckst. Das Erste, was wir alle kennen, wenn das Kind geboren ist, ist, dass es den absoluten Wunsch danach hat, die Eltern zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, ganz nah dran zu sein. Dass das Kind ruhig wird, wenn es nur Mamas Stimme hört, dass es ruhig wird, wenn es den Herzschlag hört, dass es ruhig wird, wenn wir es streichen, wenn wir es halten oder wenn Mama nicht da ist oder Papa nicht da ist, dass es zumindest den Geruch hat aus einem T-Shirt heraus. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und das kennen wir ja auch, wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist es manchmal so, wenn ich die Wäsche falte von meinen Kindern und dann an den T-Shirts rieche, also nicht absichtlich, dass ich mir jetzt vor die Nase halte, aber ich rieche einfach, ach, das T-Shirt ist von dem einen Kind, das ist von dem anderen Kind. Und da geht mir so sehr das Herz auf. Und ganz am Anfang ist es so, das ist ganz einfach mit der Bindung und das ist auch dieser Forschungsbereich, den die großen Bindungsforscher wie Birby, aber auch Konrad oder so, die untersucht haben. Also das sind diese Punkte, diese ganzen Bereiche, wo es die Bindung über die Sinne hat und wo wir dann eben diese tollen Sachen machen, die wir aus dem Attachment Parenting kennen, wie Langzeitstillen und Tragen und Familienbett. Und wo wir uns so richtig auffüllen können, ja. Und natürlich können Kinder sich genauso auffüllen, wenn sie an der Flasche groß werden und sie können genauso aufgefüllt werden, wenn Mama nie ein Tragetuch hatte, weil es geht wirklich darum, dass sie auf diesen Bereichen genährt werden, dass sie dort gesättigt werden, dass sie wirklich diesen Bereich, die haben so ein Wibber danach, die haben so ein inneres Bestreben danach, genau über die fünf Sinne ihrer Eltern zu erleben und sich damit absolut aufzufüllen. Und das ist es, was die Kinder von uns brauchen, dass wir ihnen das geben. Und wir sehen, wie hungrig wir nach dieser Bindung sind, indem wir ja auch diese ganzen Bindungstechnologien erfunden haben, wie jetzt hier, dass wir uns jetzt über den Computer hier treffen. Und auch wenn wir jetzt nicht in einem Raum sind und auch wenn du vielleicht dieses Video hier zeitversetzt schaust, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich dich jetzt gerade anschaue und dass ich von dir auch was zurückkriege. Und natürlich ist es nicht das Gleiche, als wenn wir uns wirklich gegenüber sitzen würden und ich könnte dir wirklich in die Augen schauen. Nur dass wir diese Bindungstechnologien haben und wie es für uns ist, wie viele von uns morgens schon direkt nach dem Aufstehen als erstes die E-Mails checken oder gucken, was es auf WhatsApp Neues gibt, das zeigt, wie bindungshungrig wir danach sind. Und wir müssen aufpassen, weil es kann unglaublich süchtig machen, wir müssen wirklich, wirklich gut aufpassen. Nur ich möchte einfach, dass du ein Gespür dafür kriegst, dass wir Bindungswesen sind. Und unsere Kinder bauen das erst Stück für Stück auf. Die bauen Stück für Stück auf und das, was ich dir gerade gesagt habe, diese Bindung über die Sinne, das ist das, was im ersten Lebensjahr passiert. Denn am Ende, so rund um den ersten Geburtstag, fangen viele Kinder an, wirklich Flügge zu werden. Sie fangen schon früher an zu robben, sie fangen dann an zu krabbeln, dann fangen sie langsam an zu laufen und sie kommen so runter von Mama und Papas Schoß. Andere Kinder gehen in dem Alter dann auch schon in die Kita vielleicht. Das heißt, die Welt wird größer für sie und sie entdecken die Welt mehr. Und dann stellen sie fest, wie kann ich denn meine Eltern, meine wichtigsten Bindungspersonen für mich trotzdem nahe halten, auch wenn ich jetzt nicht auf ihrem Schoß sitze, auch wenn ich jetzt gerade am anderen Ende vom Raum in meine Spielkiste gekrabbelt bin. Wie kann ich sie trotzdem nahe halten? Und da kommt dann eine ganz spannende Idee heraus und das ist, indem sie anfangen, uns nachzumachen. Dann haben sie das Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht bei Mama und Papa auf dem Schoß, aber ich mache genau das Gleiche wie sie. Ich mache die gleichen Töne wie sie, ich mache die gleichen Bewegungen wie sie, ich verhalte mich gleich wie sie. Und damit entsteht so im zweiten Lebensjahr diese Bindungsstufe der Gleichheit, wo die Kinder alles gleich machen, wo sie besessen danach sind, die Dinge gleich zu machen. Und da entsteht aus diesem Bewegungsnachmachen entsteht dann eben das Laufen und das Sprechen. Und ich habe das hier auf meinem Baum eben auch. Also hier haben wir die oberste Bindungsstufe. Das ist die Bindungsstufe über die Sinne. Und das ist eine Bindungsstufe, die im Grunde leicht zu erreichen ist. Das ist ganz einfach. Wir brauchen nur nah sein. Wir brauchen nur riechen, hören, schmecken und schon sind wir aneinander. Und jetzt sind wir hier in der zweiten Bindungsstufe in der Gleichheit, wo es eben darum geht, die Dinge gleich zu machen. Und beobachte, schau mal selber, hat man vor deinem inneren Auge dann dein eigenes Kind. Entweder ist es gerade in dieser Stufe oder als es in dieser Stufe war, wie es versucht hat, alles gleich zu machen. Und wenn du dann, ja ich habe ja jetzt hier mein Smartphone und dann machen wir es häufig als Eltern, dass wir den Kindern dann so ein Spielzeug-Smartphone kaufen. Das ist aber nicht das Gleiche. Die wollen ein echtes Smartphone. Die wollen wirklich rumwischen und die machen das auch nach. Als ich Kind war, habe ich nie angefangen auf irgendwelchen Dingen rumzuwischen, weil es das in meiner Welt einfach gar nicht gab. Das heißt, im zweiten Lebensjahr fangen die Kinder an, sich uns nahe zu fühlen, indem sie die Dinge, die wir machen, nachmachen. Und das ist so wunderbar. Und viele hochbegabte Kinder oder einige hochbegabte Kinder, die sehr, sehr früh sind, fangen in dem Alter schon an, natürlich das ABC-Lied zu lernen. Das kriege ich ganz häufig bei hochbegabten Kindern mit, weil die einfach, die machen das nach, die singen die Geräusche nach. Und aus diesem Lied heraus können sie dann ganz früh schon das Alphabet, einige fangen auch in dem Alter schon an, die ersten Buchstaben zu erkennen, die Grundfarben zu erkennen. Und das ist bei den Hochbegabten häufig ganz, ganz früh, weil sie schon während der Gleichheit einfach aufsaugen, was da los ist. Und wenn sie dann die Sprache für sich entdeckt haben, was auch in der Bindungsstufe der Gleichheit ist, dass sie einfach die Geräusche nachmachen, dass sie so sprechen wie wir. Und wenn du ein hochbegabtes Kind zu Hause hast, dann hast du gute Chancen, dass du auch so eine Quasselstrippe zu Hause hast. Gib mir mal kurz ein Zeichen, egal ob du jetzt live dabei bist oder ob du das später anschaust, gib mir ein Zeichen. Hast du auch so eine Quasselstrippe zu Hause? Wir können also an dieser Bindungsstufe der Gleichheit wunderbar erkennen, an wen das Kind gebunden ist. Weil an die Person, an die das Kind gebunden ist, das ist die Person, der es gleich machen möchte. Also wenn jetzt Mama oder Papa in der Küche stehen und kochen, dann will das Kind auch kochen. Wenn Mama und Papa auf dem Sofa sitzen und ein Smartphone in der Hand haben, dann will es auch ein Smartphone in der Hand haben. Wenn es so ist, dass das Kind sich jetzt gerade in dem Moment an die Katze gebunden hat, dann macht es die Katze nach und miaut. Und wenn dein Kind älter ist, dann können wir eben bei deinem Kind ganz genau sehen, auch an wen ist es gebunden. Wenn es zum Beispiel an seine Gleichaltrigen gebunden ist, dann wird es sich auch genauso benehmen wie die Gleichaltrigen. Und es wird genau die gleiche Sprache haben wie die Gleichaltrigen. Das heißt, du kannst, wenn du dein Kind beobachtest, im Grunde ganz genau gucken, hey, an wen ist es eben gerade im Moment gebunden. Und bei jüngeren Kindern ist es so, dass sie da eben noch sehr flexibel sind. Jetzt sind sie an die Oma gebunden, dann sind sie genauso wie die Oma. Jetzt kommen sie nachher, sind sie wieder mehr mit Mama zusammen und dann kopieren sie wieder die Mama und sind eben ganz genauso wie sie. Unsere hochbegabten Kinder, das sind ja generell so Kinder, die saugen die Welt auf wie so Schwämme. Und unsere gefühlsstarken Kinder haben diese unglaubliche Fähigkeit, die ganze Welt abzuscannen und wahrzunehmen, was dort alles ist. Weil ihre Aufgabe ja ist zu entdecken, wenn vielleicht irgendwo etwas ist, wo sie vielleicht Alarm schlagen sollten. Und deswegen sind diese hochbegabten Kinder auf einer Seite so früh da drin zu entdecken, Moment mal, wir sind doch gar nicht so gleich. Und das Gleiche bei den gefühlsstarken Kindern, die eben die kleinsten Kleinigkeiten entdecken und dann sagen, hey, Moment mal, wir sind nicht gleich. Ich bin klein und du bist groß. Ja, du bist vielleicht ein Junge, ich bin ein Mädchen oder wie auch immer. Ich bin ein Kind, du bist erwachsen. Und dann entdecken sie so rund um das dritte Lebensjahr auf einmal so, wir sind ja gar nicht so gleich. Wir sind gar nicht so gleich. Wir sind eigentlich unterschiedlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was halten Mama und Papa denn trotzdem nah? Oder wie kann ich ihnen trotzdem gleich sein, obwohl ich jetzt entdeckt habe, dass ich so unterschiedlich bin? Und wie gesagt, gerade die Hochbegabten, die entdecken ja diese Widersprüche häufig viel, viel, viel jünger. Und dann ist es eben so, dass in ihnen dieser große Wunsch aufkommt, dieser Wunsch, uns nah zu sein darüber, dass sie so ein Teil von uns sind. Da sind wir jetzt hier bei dieser Trennungsstufe von der Zugehörigkeit und der Loyalität. Und du siehst, die Stufe werden immer tiefer. Also wir haben erst die oberflächige Stufe. Das ist ganz einfach. Wenn ich mit einem im Raum bin, bin ich gebunden über die Sinne. Wenn ich ihn sehe und höre, selbst wir jetzt miteinander, du hörst mich, du siehst mich, das heißt, wir haben schon eine Bindung über die Sinne. Wenn wir jetzt miteinander feststellen, dass wir Ähnlichkeiten haben, dass wir Gleichheiten haben, sind wir über die Gleichheit gebunden. Und jetzt kommen wir zu der Zugehörigkeit und der Loyalität. Und das ist eben, wenn wir eben sagen, hey, wir sind uns gar nicht so gleich. Mit wem bin ich mir denn dennoch loyal? Mit wem stehe ich auf einer Seite? Für wen stehe ich ein? Und das ist so dieses Gefühl, wo die Kinder so dieses Gefühl haben, meine Mama, mein Papa, die gehören mir. Für die bin ich da. Und dann nehmen sie sie in den Arm und sagen, ja, für dich gehe ich durch Himmel und Hölle und für dich tue ich alles. Und das Gefühl wollen sie auch von uns haben. Und gerade viele hochbegabte Kinder sind solche Gerechtigkeitskämpfer. Und für sie ist Fairness so wichtig, weil sie das einfach so wunderbar sehen. Aber natürlich sind diese Bindungsstufen, ja, sind bei jedem Kind gleich. Egal, ob hochbegabt, ob minderbegabt, ob gefühlt stark, ob gefühlt schwach, ja. Diese Bindung passiert bei jedem. Und ich finde, das sieht man so häufig in Klassen auch so wunderbar. Wenn die zusammengewürfelt werden, am Anfang sind sie nur mal in der gleichen Klasse. Aber meistens am Ende des Schuljahres ist es schon so, wir aus der 3a, wir stehen füreinander ein. Und da merkt man, wie diese Bindungsstufe der Zugehörigkeit und Loyalität eben gewachsen ist. Und da kannst du bei deinem Kind eben schauen, weil das macht einen riesigen Unterschied, ob dein Kind nur dir die Dinge gleich macht, ob es die Dinge nur nachmacht oder ob es von sich heraus den Wunsch hat, auf deiner Seite zu stehen, ob es von sich heraus den Wunsch hat, es dir recht machen zu wollen. Ja, für dich da sein zu wollen. Wenn du sagst, hey, kannst du an meine Hand gehen, dass das Kind es auch will. Ja, dass das Kind es von sich heraus will. Und das ist genau dieses, die terrible tooth, ja. Die wollen es uns so nicht recht machen. Und das kommt dann erst, wenn wir wirklich in dieser Bindungsstufe der Zugehörigkeit und Loyalität sind. Man könnte im Grunde sagen, ein Kind, das nicht zugehörig und loyal ist, das können wir im Grunde gar nicht und überhaupt gar nicht erziehen. Das heißt, da geht überhaupt erst die Erziehung wirklich los, weil das Kind von sich heraus diesen Wunsch haben muss, es uns recht machen zu wollen. Und dann hat die Natur aber einen wunderbaren Trick, das nämlich gleich so rund um das vierte Lebensjahr das Kind entdeckt. Oh Gott, ich bin ja eine eigene Person. Und das stürzt in eine unglaublich große Krise im Grunde, weil es auf einmal feststellt, ich bin ja gar nicht fest verwachsen mit Mama und Papa. Ich bin nicht einfach nur ein Fortsatz von dem, sondern ich bin wirklich ein Individuum. Ich bin ein einzigartiger Mensch. Und bei den Hochbegabten kommt dann häufig schon diese Metakognition, die bei anderen viel später ist. Und so, ich denke, also bin ich, ja, oder sowas. Und für die gefühlstarken Kinder ist es eine riesengroße Aufgabe, vor der sie stehen, dass sie auf einmal feststellen, okay, ich bin ein einzigartiger, ich bin ein einzelner Mensch. Und oh Gott, wie komme ich damit um? Und dann werden sie häufig noch temperamentvoller. Und was sie jetzt von uns brauchen, ist, dass sie sagen, okay, was halten Mama und Papa denn wirklich nahe? Was halten sie denn wirklich nahe bei sich, obwohl sie von ihnen getrennt sind? Und das sind die Dinge, die Mama und Papa richtig wertvoll sind. Und jetzt wollen sie auf einmal von uns Wertschätzung haben. Und ich meine, im Großen und Ganzen, ja, das ist eine lebenslange Suche, dass wir immer danach gucken, dass wir irgendwie bedeutsam sein wollen, dass wir irgendwie stolz darauf sein wollen, was wir sind. Und ja, und ich meine, auch hier in den Social Media ist es so viel, dass wir sagen, hey, guck mal, was ich mache und schau mal, und dann wollen wir Likes haben und Daumen nach oben. Und das geht so rund um das vierte Lebensjahr rum, dass die Kinder uns alles zeigen, schau mal, ich habe das hier gemalt und guck mal hier und ist das nicht toll? Und wie stark ich bin, wie groß ich bin, wie schnell ich laufen kann. Und dann wollen sie von uns diese ganze Wertschätzung haben. Und da geht es nicht darum, dass sie einfach nur neben uns laufen wollen. Da geht es nicht darum, sondern sie wollen wirklich gesehen werden in ihrer Einzigartigkeit. Und Mama, guck mal, und Papa, schau mal, ja, und dann wollen sie hören, wie wichtig wir ihnen sind. Und dann wollen sie hören, dass wir ihnen erzählen, wie wir sie vermisst haben, bevor sie geboren wurden und was Oma und Opa gesagt haben, als sie endlich geboren waren. Und diese ganzen, dann wollen sie Fotos angucken. Und das ist diese Bindungsstufe rund um das vierte Lebensjahr. Und das kommt so aus den Kindern raus. Und dann müssen wir sie dabei nähern, dann müssen wir sie dabei schätzen. Und das Spannende ist, hier ist immer noch nicht Schluss. Die Bindung geht noch tiefer, noch tiefer. Und du siehst, es ist so viel mehr, es ist so viel mehr als das Bonding, wo wir für das Kind da sind, in der Mutterliebe, in der Vaterliebe. Und es baut sich Stück für Stück auf. Und wir kommen jetzt in der fünften Bindungsstufe, erst in der Bindungsstufe, die im Grunde das ist, was wir als Eltern unserem Kind von Anfang an geben. Denn so rund um das fünfte Lebensjahr, da sprengt es im Grunde alle Ketten. Und jetzt ist das Kind in der Lage, sich richtig tief emotional an uns zu binden. Jetzt ist es, und du siehst es hier, es wird immer tiefer. Und es ist nicht zufällig, dass die Bindungsstufen jetzt hier auf meinem Bild heller werden. Denn umso tiefer wir uns binden, umso verletzlicher wird es. Wenn ich mit jemandem einfach nur nicht im gleichen Raum bin, bin ich nicht im gleichen Raum. Es tut schon weh, wenn wir ungleich sind. Es tut weh, wenn wir ausgestoßen werden aus einer Gruppe. Aber, wenn es hier schon geht, bei der vorherigen Stufe, bei der Wertschätzung. Wenn uns jemand die Wertschätzung entzieht, du merkst, wie viel schmerzhafter das wird. Und wenn wir jetzt in den Punkt der Liebe kommen, wo wir wirklich fallen in love sind. Wo wir wirklich alles loslassen. Und wo die Kinder dann dahin kommen und überall Herzen malen. Und sagen, Mama, Papa, ich will euch heiraten. Ich will immer mit euch zusammen sein, weil ihr aus ihrer Welt. Das ist dann für immer. Und das ist so ein verletzliches Gebiet, jemandem wirklich zu sagen, ich liebe dich. Sie können auch vorher schon sagen, ich liebe dich. Aber jetzt fühlen sie es. Und das ist wirklich das Emotionale. Das ist etwas, was über Raum und Zeit hinausgeht. Was allgegenwärtig dann ist. Also, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich habe Verwandte, meine Oma zum Beispiel, ist vor vielen Jahren gestorben. Aber in meinem Herzen ist sie immer noch bei mir. Und das ist das, was wir als Eltern zumeist von Anfang an zu unseren Kindern haben. Dass wir ihnen das Herbst schon so geschenkt haben. Aber bis sie so weit sind, dauert es zumeist mindestens fünf Jahre. Bis sie wirklich genauso tief an uns gebunden sind. Und das müssen wir einfach sehen. Das müssen wir einfach wahrnehmen. Und dann einfach Feste feiern, wenn es so weit ist. Wenn wir entdecken, dass unser Kind uns ein Herz geschenkt hat. Und überall Herzen hinmalt. Und uns das schenkt. Das ist so ein wunderschöner Moment. Und dann dürfen wir das nicht verletzen. Und jetzt schau mal, wann war der Moment, wann dein Kind dir sein Herz geschenkt hat. Und wenn dein Kind deutlich unter fünf Jahren ist, dann wird es wahrscheinlich einfach noch eine Zeit lang brauchen. Und du dürfst nur eine Zeit lang investieren. Und du darfst erstmal in die Gleichheit investieren. Du darfst in die Loyalität und die Zugehörigkeit investieren. Du darfst in die Wertschätzung investieren, damit du dann mit deinem Kind in diese wunderbare Bindungsstufe der Liebe kommst. Und weißt du was? Hier ist immer noch nicht Schluss. Bindung geht noch tiefer. Denn das Kind weiß ganz genau, okay, ich habe Mama und Papa mein Herz geschenkt. Aber was sie nicht wissen, das kann ich auch für mich behalten. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist die Devise. Denn es geht noch viel tiefer. Es geht noch tiefer. Es geht noch in die Bindungsstufe des Vertrauen. Und jetzt schau mal, wie viele Menschen auf diesem Planeten gibt es überhaupt, denen du wirklich dein Herz geschenkt hast? Und wie viele Menschen gibt es überhaupt noch, denen du alles anvertrauen kannst? Menschen, von denen du nicht nur alles anvertrauen kannst. Denn das kannst du den typischen Psychologen, vertraust du auch dein Herz an. Aber dieses Gefühl, was du innen drin hast, dass du denkst, ich muss es ihm, ich muss es ihr unbedingt erzählen. Wenn deine Kinder dahin kommen und auf einmal das Gefühl haben, dass sie ihre Geheimnisse nicht mehr für sich behalten können, dass sie die Geheimnisse mit dir teilen müssen, weil sie sonst das Gefühl haben, es würde euch was trennen. Das sind so unglaubliche Momente. Und da erfahren wir von den Kindern auf einmal Dinge, wo wir manchmal denken, das wollte ich vielleicht gar nicht unbedingt wissen. Und ja, unsere hochbegabten Kinder fangen dann noch mehr an, uns zu erzählen, weil sie die letzten Geheimnisse auch noch mit uns teilen müssen. Unsere gefühlsstarken Kinder müssen noch mehr ihre ganzen Gefühle mit uns teilen. Und da habe ich dieses Gefühl, da habe ich das Gefühl und dann war noch dieses und jenes und welches. Und dann wird es noch temperamentvoller und noch inniger. Und das ist so wunderschön und das ist so wertvoll und das müssen wir so wertschätzen. Und dann sind wir wirklich bei der tiefsten Bindungsebene angekommen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir daran arbeiten müssen. Wir müssen es aufrechterhalten. Wir dürfen weiterhin nicht ihre Geheimnisse, die sie uns verraten haben, an andere Leute erzählen. Wir dürfen weiterhin nicht ihre Herzen brechen. Wir müssen weiterhin in der Wertschätzung mit ihnen bleiben. Auf ihrer Seite steht, gleich sein, mit ihnen kuscheln, mit ihnen nah sein, weil das ist das, was sie wirklich brauchen. Ich hoffe, du konntest für dich entdecken, wo dein Kind steht in der Art und Weise, wie es ihm sein Herz geschenkt hat. Wie es an dich gebunden ist, auf welcher Stufe es da mit dir ist. Und wenn du jetzt für dich festgestellt hast, oh, wir sind da noch nicht so tief. Ja, dann gib dem einfach Zeit, gib dem Raum, investiere einfach in die Punkte. Schenk ihm die Bindung entsprechend seiner Bindungsstufe und du wirst sehen, es wird noch viel, viel, viel tiefer gehen können. Auch das war natürlich jetzt wieder nur ein kleiner Impuls, wie immer am Freitag. Ich glaube, ich habe heute die Zeit ein bisschen gesprengt, aber das ist ja egal, weil ich finde es einfach so wichtig, dass wir wirklich in die tiefe Bindung mit unseren Kindern kommen. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Teil dieses Video gerne, empfehle es gerne weiter, denn ich möchte gerne, dass viel mehr Menschen einfach entdecken, wie wertvoll die Bindung ist und wo sie mit den Kindern in ihrer Bindung stecken. Wenn du für dich das Gefühl hast, oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen da Unterstützung, schreib mir gerne eine PN, melde dich gerne bei mir. Wir können uns on oder offline treffen und ich kann mit dir ganz genau hinschauen, wo dein Kind ist oder was es jetzt brauchen könnte, damit die Bindung bei euch noch weiter vertieft werden kann. Du kannst auch gerne warten. Ich werde im Mai meinen nächsten Online-Elternkurs starten. Das wird ein Online-Kurs sein, explizit für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern, wo ich sie einfach dabei begleite, dass sie ihren persönlichen Erziehungsstil kreieren. Auch da kannst du die Augen schon aufzuhalten. Und du sagst, wow, das wäre was, ich möchte da ganz, ganz, ganz tief einsteigen. Ganz spontan kannst du gerne in meine Gruppe gehen, einfach schlau. Da ist ja der Link dazu, den gebe ich dir nachher in die Beschreibung und da können wir weiter diskutieren über die ganzen unterschiedlichen Themen. Und ansonsten bekommst du von mir wieder kommenden Freitag den nächsten Einblick in die Themen rund um gefühlsstarke, hochbegabte Kinder und natürlich bei mir immer bindungsbasierte Entwicklungsimpulse. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du Wünsche hast, wenn du Themen hast, wo du sagst, wow, unbedingt Katja, darüber musst du mal reden, darüber will ich mehr wissen. Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und mach's gut. Bis bald. Ciao.